Dann nicht... Ah! Ah! Warte, warum steht die da? Guck mal, wie die da steht! Boah, ist das krank, man! Warum lacht die mich an? Warum macht die nichts? Das ist doch krank! Oh Gott! Und weg ist sie! Mir tut immer noch mein Zeh weh! Das hat richtig weh gedauert! Ich habe richtig angst, den Strump auszuziehen! Ah, da sind überall so diese Geisterzettel, die die Japaner dahin machen! Damit, äh... Da, ihr wisst schon! Die Geister drinnen oder draußen bleiben! Dann hat es abgeklippt! Direkt 40 Clips von dieser einen Zehne! Ist das hier alt? Ist das hier alt? Wie geht es nicht? Ich bin jetzt der erste, der wurde aufgerufen. Ich bin jetzt aufgerufen. Ich bin jetzt hier ganz alt, der hier... Ich bin jetzt hier aufgerufen. Ich bin jetzt hier aufgerufen. Ich bin jetzt aufgerufen, die ich jetzt aufgerufen habe. Was habe ich jetzt den Schlüssel? Komm ich nicht lang, ne? Was ist denn? Da geht er doch mal da durch jetzt. Ah jetzt. Hier war ja nichts. Nur die Planken. Müssen wir wieder zurück hier, wenn wir irgendwas haben für die Planken wegzumachen. Ich habe mich erschrocken vor die Idee, das war mega. Da! Irgendein Schlüssel haben wir gekriegt. Irgendein Tür, ich weiß aber nicht für welche. Ansonsten ist es doch ohne nichts, oder? Haben wir vielleicht hier eine Tür übersehen? Ah, für den Schrank. Ah. Nein. Main Door Key. Win! 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 name is kept from the house also das im haus im haus entkommen was und er findet sich verloren in einer schule wieder und etwas jagt ihn jetzt jetzt geht es richtig los das war das tutorial warum ladet denn das so langsamer hat hat es gar nicht richtig jetzt geht die jetzt geht die kacke erst richtig los das ist aber noch gar nichts das war die einführung freunde ich nehme das bohr hier mein schreigerät von der heran etwas jagt ihn ich lasse das hier mal auf damit ich weiß wo ich her kam dann guckt erstmal links links ist heller und freundlicher rechts ist dunkel und ungemütlich es ist alles dunkel und ungemütlich kann man gucken was war das so so die wird unsicher durchsichtig nichts besonderes vielleicht nur fluchtraum eine toilette ich habe eigentlich darauf gewartet dass mich jetzt was anspringt aber okay noch nicht passiert noch nicht da wird mich schon doch schon noch was anspringen woher henry schießt ab mann was macht dann der immer immer erstmal dort hin wo es hell ist das ist angenehmer ah die ist zu ist aber auch nichts drin zeitung da haben sie gehockt und gezockt die gauner weiter da fliegt mir das headset vor weil einfach er hat gesetzt ist nichts drin gut weiter meine deutsch und die musik dunkler so an sich finde ich aber ziemlich cool schön gemacht richtig düster ich habe so richtig bedrängendes gefühl man warte eigentlich drauf dass jeden moment irgendwo die alt rauskommt das geht nicht auf echt nicht das nicht das ist ja nichts wenn es was drin wenn man nicht gucken kann man da nicht was locker keine ahnung henry ich glaube überleben ich weiß doch selber noch nicht wirklich genau was da los ist wir sind irgendwie in so einer schule aufgewacht in so einem haus und wir haben das gefühl uns was verfolgt was will mehr kann ich da eigentlich schon eine zahn da dazu der schutz gedacht hat liege pistole umbunden aber das war einfach nur ein zettel hier war mal drin gut finden wir mal raus wo man den schlüssel in stecken müssen jetzt ja nicht nur flashback wie ich das spiel noch mit den 1000 schlüsseln zu 1000 türen wo man vor zwei wochen gespielt haben kommt gerade mit ruf wo kann ich den schlüssel jetzt in stecken hat aber die toilette da war nix die slo war slo ist nix da war nix doch hier sind wir herkommen glaube ich ja genau hier haben wir gestartet das war das war schon das spiel an sich war ja ganz cool wo man letzte ich komme nicht mehr auf den namen wo man letzt gespielt haben wie hieß es noch aber das war schon heftig wenn du immer ein schlüssel getast doch doch wir hatten schon einen ganz bösen er schießt einfach nicht warum trifft er da nicht ab wir hatten schon einen ganz bösen jumpscare hat schon voll gegen die wand gedreht mann wo müssen wir jetzt hin aber wahrscheinlich die dortür ne so ich habe einen schlüssel kriegt und jetzt weiß ich noch mal nix damit anzufangen hm wird sich nochmal alle räume durchsuchen ja wir gucken ob wir nicht irgendwo doch was übersehen haben da kann ich die schränke hier aufmachen ich glaube es nicht ich weiß es nicht schieß doch mann was macht dann der immer servus creeper oh ich weiß nicht wo ich hin muss was ist denn da gleich passiert aber was dann mache ich mal die hohe hier hieß die toilette ich war jetzt an jeder tür gewesen oder muss ich wirklich die schränke mit dem schlüssel aufmachen dahin in dem raum klar meine kritische schlüssel hier lord ja oder nee ich kann damit nix anfangen ich hasse türen suchen wir haben doch schon an die türen ausprobiert ich raps noch mal nicht ich raps einfach noch mal nicht also ich muss wirklich bei dem spiel glaube ich alles angucken ne vorhin habe ich mich auch aufs bett legen müssten ich dreck jetzt mal hier alles an der pc nö nö doch das war tatsächlich für die schränke das war keine schlüsseltür main door key main door okay dann ist das bestimmt die spitze tür hier die spitze tür die spitze tür das ist bestimmt die tür hier ja ja und jetzt jetzt fangst auf auf da Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die hat schon BSC gegangen, meine Lieber. Auf jeden Fall. Soll ich da dir vorbeikommen, ey? Ne, da ist sie wieder. Die macht doch kurz einen Protest, die Alte. Aber ich darf schwätzen. Ich glaub, die hört mich nicht. Nicht wie beim Ayubuki. Was macht denn die da? Wo soll ich denn da hin? Hm. Oh Gott. Jetzt das war's. Das war's. Ich komm nicht an der vorbei. Geil. Ich komm nicht vorbei, Mann. Jetzt, jetzt. Wie sie knackt beim Larven. Jung und knackig ist sie. So, jetzt aber reagiert ich auf Licht? Ich weiß es halt nicht, ne? Ja. Jankovic. Merci für dein Follow. So. Mysteriös. Aber ich glaub auf Taschenlamm reagiert sie. So. So, ich mach mal die Flashlight aus. Duck mich mal. Dann sitzt es mich nicht so leicht. Ich muss, glaub ich, einfach versuchen. Oh Gott, geh weg. Oh Gott, da ist er. Geh weg. Ich komm da nicht durch. Ich komm da nicht durch. Kann sie nicht. Ach. Ich versuch jetzt mal grad aus, da durchzurennen, ne? Oh Gott. Die läuft doch ziemlich willkürlich und... Oh Gott. Geh weg. Opa, pick der Scheiße, hau ab! Hau ab! Vielleicht war die Tür eben doch richtig. Ich weiß es nicht, ich konnte nichts damit anfangen, ich versuch es mal noch mal. Hat jetzt keinen Zweck. Muss jetzt irgendwie, muss es jetzt mal vorangehen. Oh, das dauert so ewig immer. So kommt's und guckt. Er macht die nicht auf die Tür. Ja, geh da nicht hoch, Mann! Ja, natürlich! Er rennt nicht! Hau ab! Das ist doch mit der Sahne! Ich hab keine Ahnung! Ich weiß halt absolut gar nicht was ich machen muss. Da war ne Treppe, da ist aber nicht hoch gegangen. Ich versuch es jetzt doch mal rechts, wenn die jetzt fertig ist mit ihrem, mit ihrem, was auch immer die da macht. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Oh, ich komm nicht hin! Oh, was ist? Was ist? Mann! Komm nicht vorbei an der Alp! Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, mich jedes Mal zu 10 Minuten hinzustellen und zu warten, bis die endlich mal fertig ist mit ihrem Rundgang. Machen! Machen! Ich weiß, dass ich nicht durch서�ings Ich weiß, ich weiß halt nicht, ne? Wo muss ich denn hier hin? Der macht die Tür nicht auf. Der fasst die Scheiß-Tür nicht an. Der kann nichts mehr machen. Der macht dann keine Türen mehr auf nichts. Ich weiß halt nicht, ob die Tür jetzt wichtig ist oder nicht. Weil der gerade dann in Schock starrt und macht nichts mehr. Das war's für heute. ich weiß nicht was machen muss ich gehe kriegt mich ja immer der ist halt zu langsam ja kann man das dreht sich schon mal um und dann hat sie mich ich kann das jetzt hast gar keine zeit wieder da durchzulaufen das ist ein zeitfenster von zwei sekunden für den ganzen raum zu durchqueren jetzt guckt sie noch mal drei stunden in meiner richtung rum und Oh, Mann! Hau ab! Das ist gerade anstrengend, eh! Ja! Oder? Nee! Ja! 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 Ja!